Ja, guten Abend, Geschwister. Ja, lass uns kurz beten zusammen. Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. Danke, Jesus, dass du Sühnung bist für unsere Sünde und dass du all unser Versagen, unsere Schwachheiten getragen hast und uns den Weg zum Vater gebahnt hast, eröffnet hast. Danke, dass wir in deiner Gegenwart jetzt hier sein können. Danke, dass du uns siehst, uns kennst, uns liebst. Und wir danken dir für dein Wort, was du gesandt hast durch deinen Geist in diese Welt hinein. Danke, dass dein Wort spricht von dir, von deinem Wesen, deinem Charakter, von dem auch, was du getan hast. Ja, und so bitten wir dich, dass wir offene Ohren, offene Herzen haben für dein Wort jetzt. Wir danken dir, dass dein Wort sagt, wo dein Wort gepredigt wird, dass da Glaube entsteht, Herr. Ja, wir brauchen Stärkung in unserem Glauben, Erfrischung, Erneuerung. Bitte stärke du uns durch dein Wort jetzt, Herr. Amen. Wir sind im zweiten Buch Mose und Dirk hat letztes Mal weitergemacht in Kapitel 12, wo wir ja schon eine Weile drin sind. Und heute bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass wir ein Kapitel überschlagen haben. Keiner hat mir Bescheid gesagt. Warum sagt ihr mir nicht Bescheid? Das ist ja unglaublich. Also, diese ganze zehnte Plage, die wird tatsächlich sehr lang und breit in drei Kapiteln behandelt. Und es kommt natürlich eigentlich so, wie es auch bei den anderen Plagen ist, zuerst die Ankündigung. Bei vielen anderen Plagen haben wir das auch gesehen, gerade bei der ersten dieser Dreierzyklen, die immer kommen, dass eigentlich eine Ankündigung an den Pharao kommt. Und so ist es auch hier in Kapitel 11, wo wir drüber gesprungen sind. Und ich will jetzt auch nicht so lange da drin bleiben, aber ich wollte dennoch diese Phase lesen, weil Gott uns sagt, dass es richtig und wichtig ist, dass wir das Vorlesen nicht vernachlässigen. Also, zweite Mose 11. Und der Herr sprach zu Mose, noch eine Plage will ich über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Wenn er euch endgültig ziehen lässt, wird er euch sogar völlig von hier fortjagen. Rede doch zu den Ohren des Volkes. Jeder soll sich von seinem Nachbarn und jede von ihrer Nachbarin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke erbitten. Und der Herr gab dem Volk Gunst in den Augen der Ägypter. Der Mann Mose war sogar sehr angesehen im Land Ägypten, in den Augen der Hofbeamten des Pharao und in den Augen des Volkes. Mose nun sagte zum Pharao, so spricht der Herr. Um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten geben, wie es noch keines gegeben hat und es auch keines mehr geben wird. Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Dann werden diese, deine Hofbeamten, alle zu mir herabkommen, sich vor mir niederbeugen und sagen, Zieh aus du und das ganze Volk, das in deinem Gefolge ist und danach werde ich ausziehen. Und er ging in glühendem Zorn vom Pharao hinaus. Der Herr hatte nämlich zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder im Land Ägypten zahlreich werden. Und Mose und Aaron haben alle diese Wunder vor dem Pharao getan, aber der Herr hatte das Herz des Pharao verstockt, sodass er die Söhne Israel nicht aus seinem Land ziehen ließ. Am Ende wird sozusagen noch einmal diese ganze Plagenreihe zusammengefasst. Wir sehen hier, dass, wie gesagt, auch hier wieder Gott Mose den Auftrag gibt. Die ganze Situation spielt eigentlich in dem Moment, wo Mose zum Pharao gerufen war, am Ende dieser Finsterniszeit, dieser drei Tage der Finsternis, wo der Pharao noch einen letzten Versuch gemacht hatte, irgendwie Verhandlungen aufzunehmen und sie dazu zu bringen, auszuziehen, ohne ihre Rinder, ihre Schafe, ihr Vieh. Und als Mose gesagt hat, nee, wir bleiben dabei, wir müssen als ganzes Volk auch mit unserem Vieh ausziehen, da blieb er hart und ließ sie nicht fortgehen und hat Mose auch angekündigt, wenn du mir noch einmal unter die Augen trittst, wirst du sterben. Und in dieser Situation spricht Gott zum Pharao. Mittendrin, als er noch beim Pharao war, als er noch mit dem Pharao gesprochen hat, spricht Gott in sein Herz hinein und zeigt ihm diese letzte Plage, sagt, ich werde diese eine Plage noch senden. Und diesmal ist es auch nicht so, dass Gott durch Mose dem Pharao noch eine Chance gibt und sagt, lass mein Volk ziehen, wenn du es nicht ziehen lässt, dann, sondern er kündigt die letzte Plage an und sagt, wenn diese Plage gekommen ist, dann wirst du es tun. Pharao hat nicht mehr die Entscheidungsfähigkeit hier. Es gibt diesen Punkt, diesen Punkt of no return, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, zu reagieren auf Gottes Wort, auf Gottes Rufen, auf Gottes Werben, sondern wo das Ende erreicht ist. Und wo am Ende dann doch das passiert, was Gott will. So sehr wir uns auch sträuben, so sehr wir uns hart machen und so sehr der Pharao sich hart macht, am Ende geschieht doch, was Gott will. Es hat doch keinen Zweck. Warum bin ich so widerspenstig? Warum lasse ich mich nicht ein auf die Führung und Leitung Gottes? Am Ende muss ich ja doch tun, was er will. So sehen wir es auch am Ende, wenn Paulus in Philippa 2 davon spricht, er sagt, Gott hat diesen Jesus, der bereit war, sich selbst im Gehorsam gegenüber dem Vater hinzugeben, den Tod zu sterben am Kreuz, für uns Sünder. Er hat ihn auferstehen lassen, er hat ihn vom Tod auferweckt und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er sitzt zur Rechten Gottes, Jesus, der Christus, der König. und jedes Knie wird sich beugen, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Alle werden sich beugen, im Namen Jesu Christi. also alle, die bis heute Widerstand leisten, sie werden es eh tun. Gibt es ein schönes Kinderlied von Daniel Kalloch, der singt dann, alle Menschen werden es tun. Alle Menschen werden es tun. Ja, sie werden sich beugen und bekennen, Jesus ist Herr. zur Ehre Gottes des Vaters. Und einige werden es tun mit Freude. Sie werden jauchzen dabei. Und andere werden es tun mit knirschenden Zähnen. Weil sie es tun müssen. Weil sie es gar nicht anders tun können. Gott sehnt sich aber danach, unsere Liebe zu gewinnen. Deswegen ist er geduldig und barmherzig und wartet und gibt uns Zeit. Aber seine Heiligkeit, sein gerechtes Wesen wird es nicht zulassen, dass diese Gnade, dieses Warten, dass das für immer stattfindet. Nein, es wird der Tag kommen, wo er Gerechtigkeit schaffen wird, wo er dieses versklavte Volk herausführen wird. Und darum geht es ja hier. Es geht darum, dass der Pharao endlich loslässt. Und jetzt wird Gott ihm das Volk aus der Hand reißen. Durch diese schlimme, furchtbare letzte Plage, den Tod des Erstgeborenen. Ja, des Erstgeborenen, des Pharao. Sein Thronfolger. Er wird sterben. Der Erbe wird sterben. Und hier ist noch so eine kleine Notiz in Kapitel 11, die aufhorchen lässt. Mose war sehr angesehen im Land. Das Volk Israel hatte Gunst bei den Menschen. Ich weiß nicht, wie das ist, ob das sozusagen übernatürliche Blindheit, mit der Gott das Volk geschlagen hat und sie plötzlich gedacht haben, ja, die Israeliten, die sind ja, das sind doch tolle Leute. Ja, den geben wir unseren Schmuck. Gerne leihen wir unseren Schmuck ihnen aus. Oder ob es eher das war, was ich eher vermute, dass die Menschen gesehen haben, dass da etwas Besonderes ist. In dieser ganzen Plagenzeit haben sie gesehen, dieses Volk, es steht unter dem besonderen Schutz Gottes. Es ist besonders gesegnet. Und das hat eben sicherlich den einen oder anderen zum Neid geführt, aber den einen oder anderen auch, ja, dazu geführt, dieses Volk zu respektieren, zu achten. Ja, Mose, als denjenigen, der das Gericht bringt, sicherlich sind viele Berichte auch an die Öffentlichkeit getreten. Die Hofbarmen, wir haben von ihm gelesen, dass sie dem Pharao an einer bestimmten Stelle auch gewarnt haben und gesagt haben, hör doch endlich auf Mose, lass doch dieses Volk endlich ziehen, sonst bringst du noch den Tod über das ganze Ägypten. Diese Dinge sind sicherlich nach außen getreten. Moses gerechtes Verhalten, sein Gebet für Ägypten, für den Pharao. Er hat, wie Jesus uns das lehrt, wie Jesus es auch getan hat, auch in Mose sehen wir das schon, in seinem, in dem Vorläufer Christi sehen wir es schon, wie er für die Feinde betet. Also sie hatten Gunst, so wie wir es auch in der Apostelgeschichte lesen, die Urgemeinde, die zusammengelebt hat, die alles gemeinsam hatte, die ein Herz und eine Seele waren, in denen der Heilige Geist regiert hat und es wurde sichtbar und sie hatten Gunst bei den Menschen. Mose war angesehen und das führte zu, später zu etwas, was wirklich wichtig auch ist für das Verständnis des ganzen Auszugs. Gott hat nicht einfach nur so sein privates Völklein, was er erretten will und alle anderen sind ihm egal. Nein, viele Menschen sind mitgezogen. So wie wir es in den Synagogen sehen, da sind die Juden, die sich in der Synagoge versammeln, da sind aber auch die gottesfürchtigen Heiden, die mit dazukommen, die irgendwie hingezogen sind zu diesem Gott, der Juden. Sie haben noch nicht die Traute, sie haben sich nicht in diesem Prozess, Jude zu werden, so voll eingelassen, aber sie sind hingezogen zu diesem Gott. Und gerade ihnen gilt dann auch dieses Evangelium, was dann hinausgeht, wo Paulus sagt, in Christus seid ihr alle angenommene Kinder Gottes und gerade die gottesfürchtigen waren davon bewegt und begeistert. Ja, wir dürfen auch ganz voll und ganz dazugehören zum Volk Gottes. Wir sind voll und ganz angenommen durch unseren Glauben an Christus. Jetzt springen wir hier weiter in Kapitel 12. Wie gesagt, dann zeigt oder beauftragt Mose jetzt, beauftragt Gott Mose und Aaron, das Volk zu lehren, zu unterweisen, wie sie sich schützen können vor dieser zehnten Plage, vor dieser größten, vor dieser schlimmsten Plage. Vorher haben wir einfach gesehen, dass Gott an mehreren Stellen bei verschiedenen Plagen von vornherein gesagt hat, das Volk Israel wird ausgenommen sein von dieser Plage. Es wird beschützt werden, es wird bewahrt werden. Aber hier sagt er dem Volk Gottes, dass sie etwas tun sollen, um sich zu schützen. Sie sind nicht automatisch geschützt, weil sie Juden sind. Nein, sie sind geschützt und bewahrt dadurch, dass sie im Glaubensgehorsam diese Dinge tun, von denen geredet wird. Dass sie nämlich das Lamm nehmen, vorbereiten, schlachten, essen und so weiter und so weiter. Das haben wir ja alles gesehen. Wir haben gesehen, wie das auf Christus hindeutet. Sie sollten und mussten diese Dinge tun, damit sie sich vergegenwärtigen. Wir müssen das Heil aktiv in uns aufnehmen. Wir sind die Gesegneten, wir sind das Volk Gottes, wir sind auserwählt. Ja, er hat Heil und Rettung für uns vorgesehen. Und ja, die Rettung liegt nicht darin, dass wir unser Leben geben. Nein, ein unschuldiges Lamm muss sein Leben geben. Aber wir müssen es essen. Ich muss es essen. Ich muss dieses Brot essen. Ich muss diesen Saft trinken. Gerhard, hast du mich doppelt hier? Ausmachen, am besten ausmachen. Ja, macht nichts. Ne, das macht nichts. Gut, ja, macht mal eure Handys alle aus oder leiser, bitte. Das wäre ganz hilfreich. Also, das Heil in uns aufnehmen, essen, trinken und dann dieses Fest der Erinnerung, dass dieses Heilmittel, sich zu schützen, zu bewahren, soll im Volk Israel als Fest gefeiert werden, jedes Jahr wiederholt werden, immer wiederholt werden. Hier werden auch Dinge immer wiederholt und wir lieben ja Wiederholungen. Also, ich habe ja Jahrzehnte schon fast keinen normalen Fernsehanschluss mehr, aber früher war das immer so, Wiederholungen. Es kamen im Fernsehen, kamen immer Wiederholungen. Man liebt es ja, die Filme, die man gerne gesehen hat, die sieht man ja auch gerne mal wieder. Und Gott hat aber einen bestimmten Plan, warum er dieses festfallen lässt, warum diese Wiederholungen kommen. Immer wieder diese Erinnerungen, immer wieder dasselbe, jeden Mittwoch dasselbe Abendmahl, immer wieder. Aber ich muss euch sagen, ich, je länger wir das so praktizieren, desto besser finde ich das, dass wir das so machen. Weil es uns immer wieder herausfordert, zurückzukehren zu dieser einen Sache, die die Grundlage unseres Lebens, unseres Glaubens ist, das Fundament, das, ja, der Fels, auf dem wir stehen. Und das ist das, was Gott hier Mose und Aaron ans Herz legt in Vers 14 von Kapitel 12, dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Und wir haben gesehen, dass das Passafest im Abendmahl übergegangen ist, sich erfüllt hat in Christus in höherer Weise, sodass wir nicht das alte jüdische Passafest feiern, sondern wir feiern das Abendmahl, in dem sich das Passafest in höherer Weise erfüllt hat. Und dann kommt, wird es verbunden mit dem Fest der ungesäuerten Brote, da werden wir auch noch mehr zu hören. Das haben wir gelesen, die sieben Tage, die ganze Woche, die mit ungesäuerten Broten gefeiert werden sollte und haben gesehen, was es für uns heute bedeutet. diese Verbindung zwischen dem Opfer des Lammes Gottes, dem Blut Christi, was uns reinigt von aller Sünde, aber diese Befreiung, dieses, ja, es wird auch das Bild vom Sklavenfreikauf wird uns vor Augen geführt und es wird uns gesagt, ihr seid freigekauft. So wie wir, so wie die Israeliten Sklaven in Ägypten waren, so waren wir Sklaven versklavt und Christus hat uns freigekauft. Auch zu Jesuszeiten gab es den Sklavenhandel. Insofern war das ein Bild, was vollkommen in ihrer Lebenswelt vorkam. Ihr seid freigekauft und zwar mit einem kostbaren Preis, dem Blut des Lammes Gottes, dem Blut des Christus. So seid ihr freigekauft. Ihr seid nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, aber dieses Evangelium ist zu kurz gegriffen, wenn wir da einen Schlussstrich ziehen. Nein, zum Passerfest gehört das Fest der ungesäuerten Brote. Das heißt, zur Erlösung gehört auch die Heiligung. Wir sind erlöst von einem Leben unter der Herrschaft der Sünde und zwar zu einem Leben in Heiligkeit. So sagt Petrus uns das. Seid heilig, wie auch ich heilig bin. Und so sagt Paulus, fegt den Sauerteig aus. Macht es so wie die Juden immer bei ihrer Festvorbereitung zum Fest der ungesäuerten Brote. Säubert das ganze Haus bis in die kleinsten Ecken und Winkel. Da darf nichts gesäuertes mehr in eurem Leben sein. Keine Bosheit, keine Heuchelei, keine ja und das ist so wichtig Geschwister. Die Reinigung durch das Blut Christi, sie geschieht, wenn wir im Licht wandeln und dann wirkt das Blut Christi, es wirkt. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei, aber das funktioniert nur, wenn du im Licht wandelst. Wenn du ihm vertraust von ganzem Herzen, wenn du wirklich alles auf eine Karte setzt, wenn du all deinen Stolz verkaufst, alles was du hast und dich an ihn hängst. Beides gehört zusammen, das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Dann hat Dirk letztes Mal die Verse angefangen zu lesen, wie Mose die Ältesten ruft und ihnen das weitergibt, wie sie sich vorbereiten sollen auf diese letzte Plage, sodass sie beschützt und bewahrt sind. und er warnt sie, ihr aber von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinaus gehen. Bleibt in mir wie ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Tut keinen Schritt hinaus aus dieser Tür, die mit dem Blut Christi eingerahmt ist. Tretet das Blut, mit dem ihr erkauft seid, nicht mit Füßen, sondern ehrt es und achtet es. Seid nicht leichtfertig, wenn es um eure Erlösung geht. Ihr seid mit einem hohen Preis erkauft worden. Das darf nicht irgendwie etwas Gemeines, etwas Normales sein, etwas Kostbares. Und dann steht hier in Vers 24, da steigen wir jetzt ein wieder und da leitet Mose in Bezug auf die Ältesten nochmal über zu dem, was Gott schon vorher gesagt hatte, nämlich dass aus diesem Passer ein Fest werden soll, was ihr immer wieder feiern sollen als Erinnerung. Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten als Ordnung für dich und deine Kinder. Für dich und deine Kinder. Nicht nur du sollst dieses Fest immer wieder feiern, nein, deine Kinder sollen hineingenommen werden. Die Kinder sollten hineingenommen werden in den Bund schon ganz früh in diesen Bund hineingenommen. Wir haben jetzt die letzte Zeit hier Kindersegnungen gemacht. Es ist ein Zeichen dessen, dass wir die Kinder mit hineinnehmen, so wie die Eltern ihre Kinder zu Jesus gebracht haben, so bringen wir unsere Kinder zu Jesus. Aber es ist eigentlich noch viel, viel mehr. Wir führen die Kinder dem zu, dem sie gehören, der sie geschaffen hat. Wir legen sie in seine Hand und wir lehren sie darin und das ist unsere Aufgabe, das hat das Volk Israel immer gesehen und erkannt, Gott hat es sie durch Mose gelehrt, ihr sollt die Kinder lehren, ihr sollt eure Kinder erreichen mit dem Evangelium und es ist so eine ganz finstere Angelegenheit, dass das in weiten Teilen der Christenheit in unserem Lande verloren gegangen ist und das hat die Säkularisierung unseres Volkes sehr stark vorangetrieben. Viele Menschen, die zwar christlich getauft wurden, also gesegnet wurden als Kinder in der Kirche, aber die nicht unterwiesen wurden, weil ihre Eltern diesen Standpunkt, diesen pluralistischen Geist aufgenommen haben, der sagt, jeder muss für sich selbst entscheiden, was er glaubt. Man darf einen Menschen nicht beeinflussen. Wir dürfen die Kinder nicht beeinflussen. Sie müssen für sich selber entscheiden, was richtig ist. Damit entschuldigt man aber eigentlich nur einen eigenen Lebensstil, der unentschieden ist. Ich kann am Ende ja auch nur das lehren und weitergeben, was ich selber lebe. Insofern, du sollst das Fest feiern. Wenn du es nicht feierst, wie willst es dann deinen Kindern weitergeben? Und insofern ist es in vielen Familien dann am Ende doch nur konsequent, dass sie ihre Kinder nicht im Glauben unterweisen, weil sie selber nicht glauben. Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Mittendrin in diesen Ankündigungen ermutigt Mose das Volk noch mal dahingehend, ja, wir haben eine Verheißung. Gott wird uns in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Wir werden in ein freies Land kommen, ein freies Leben führen, den Sohn frei macht, er ist wahrlich wirklich frei und er lebt im Land der Freiheit, im Land der Freiheit der Kinder Gottes, in einem freien Land, wie wir das feiern jetzt am 3. Oktober. So frei ist es leider nicht. Viele haben das aus dem Osten auch so erlebt. Nach einer anfänglichen Euphorie haben sie gemerkt, eigentlich sind wir hier vom Regen in die Traufe gekommen. Und so ist viel Enttäuschung unter ehemaligen Ostbürgern zu finden. Weil der Westen die Versprechungen nicht einhalten konnte, das Westdeutschland, das konsumorientierte kapitalistische Westdeutschland, konnte die Versprechen, die Heilsversprechen nicht einlösen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt, ja, aber das war es dann auch. Letzten Endes ist offenbar geworden, bei aller Gnade, die Gott gegeben hat und wie gesagt, man darf es auch nicht zu gering ansetzen, die Freiheit, die tatsächlich diese Überwindung dieses Systems gebracht hat. Das darf man nicht zu gering veranschlagen und wenn Leute das irgendwie weg diskutieren und jetzt heute davon sprechen, ja, wir haben irgendwie Meinungsdiktaturen das ist natürlich völliger Quatsch. Die Menschen dürfen doch ihre Meinung kundtun, sie dürfen ihre ganzen abstrusen Ideen verkünden und leben, wie auch immer sie aussehen mögen und das ist ein großes Vorrecht, dass wir auch unseren Glauben leben dürfen, der für viele Menschen abstrus und idiotisch ist. Da sind wir dankbar für und wir beten für unsere Regierung, dass sie uns doch bitte diese Freiheit erhält. Da brauchen wir auch keine Angst zu haben vor den anderen, die auch ihre abstrusen Ideen ausleben, weil wir glauben, dass am Ende Gott sowieso sein Ziel erreicht. Wir leben nicht in Angst und Furcht, sondern in Liebe, Vertrauen unserem Herrn gegenüber, der Herr ist auch über unsere Regierung. So, wo bin ich jetzt abgeschworfen? Das wunderbare Land, in das ihr kommen werdet, wie der Herr geredet hat. Dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Das heißt, ihr seid nicht befreit, um dann eurem Fleisch zu leben, euren Begierden und Lüsten nachzugehen. Nein, ihr seid berufen, Diener des lebendigen Gottes zu sein. Und das besteht darin, dass wir ein Fest feiern. Oh, wie schlimm, ich muss ein Fest feiern. Wie furchtbar. Das sind die Gebote unseres Gottes. Freut euch. Freut euch alle Zeit im Herrn. Lasst euch erfüllen mit dem Geist. Mit dem Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Lasst euch leiten von diesem Geist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das sind ja diese furchtbaren Gebote und furchtbar schlimmen Gebote, die wir einhalten müssen. Wir haben es so schwer, wir Christen, wir sind so arm dran. Nein, wir leben in einem wunderbaren Land der Freiheit. Wir sind befreite Kinder Gottes und wir leben unter der Herrschaft unseres liebenden Vaters, unseres geliebten und liebenden Vaters und dem dienen wir gerne. Es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, aha, hier kommt es, das ist so ein wunderbarer Vers, wenn euch eure Kinder fragen. Wer unter euch, der ein Kind hat, hat schon mal so eine Situation erlebt, dass dein Kind dich fragt, sag mal Papa, warum machen wir das eigentlich hier? Warum machen wir das? Warum gehen wir zum Gottesdienst? Warum beten wir denn jeden Tag? Warum lesen wir in der Bibel? Warum feiern wir den Sonntag? Oder warum feiern wir dieses Fest jetzt hier? Was weiß ich, ein christliches Fest Weihnachten? Und hier ist es bezogen auf das Passafest, wisst ihr, auf das Zentrum, das Zentrum des Glaubens. Und Geschwister, das sollten wir tun, wir sollten Möglichkeiten schaffen, wo unsere Kinder Fragen stellen. Und so ein Fest kann durchaus so etwas sein. und gerade auch ein Fest, wo, wenn man es feiert, nicht alles sofort sich erklärt und erschließt. Manchmal sind Geheimnisse genau das Richtige in der Lehre und in der Erziehung. Du stellst dem Kind ein Geheimnis vor und packst es bei der natürlichen Neugier. Was ist das eigentlich? Was soll das eigentlich? Was bedeutet das? Warum macht ihr das? Warum machen wir das so? Warum und sie nehmen es ja auch deswegen, weil sie in ihrem Umfeld sehen, dass es ganz anders ist. Dass es da ganz anders zu geht. Also es ist wichtig, dass wir ein Leben leben, das unsere Kinder dazu bringt, nachzufragen. Wenn wir genauso leben, wie unseren ungläubigen Nachbarn, wird es keine Situation geben, wo unsere Kinder uns fragen. Ja, wir müssen uns tatsächlich auch unterscheiden von der Welt um uns herum. Wir sollen heilig sein, abgesondert für den Herrn. Ja, und gleichzeitig natürlich, wie Christus den Menschen zugewandt, der Welt zugewandt, mittendrin in dieser Welt, ein Teil von dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist unheimlich schwierig, aber lasst uns darum ringen, immer wieder darum ringen. Und manchmal tendieren wir zu sehr dazu, zu sehr aufzugehen in der Kultur, in der Gesellschaft, in der Umwelt, in der wir leben. Manchmal tendieren wir vielleicht zu sehr dazu, uns zu sehr abzusondern. Da muss jeder sich selbst prüfen. Da müssen wir uns als Gemeinde prüfen, wo wir da stehen. Aber wenn wir das tun, was Gott uns aufgetragen hat, dann werden wir hier, dort oder auf andere Weise einen Unterschied machen zu dem, wie die Menschen ohne Gott leben. Und dann wird es Situationen geben, wo unsere Kinder fragen. Und dann fragen sie, was bedeutet dieser Dienst für euch? Was bedeutet dieser Dienst für euch? Ich merke, du dienst hier, du dienst Papa, Mama, warum tut ihr das? Warum tust du das? Was bedeutet dieser Dienst für euch? Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Wenn wir unsere christlichen Pflichten erledigen aus Pflichtgefühl, wenn sie einfach nur angelernt sind, wenn sie einfach nur etwas sind, wo wir sagen, naja, wir müssen das ja als gute Christen sozusagen, dann hat es keine große Bedeutung für uns, da wird auch keine große Bedeutung dabei rauskommen. Aber wenn wir die Dinge, die wir tun, die wir im Dienst für Gott tun, wenn wir sie von Herzen tun, dann haben sie eine große Bedeutung für uns und wir nehmen diese Frage und denken, ja, das ist genau die Frage, die ich hören wollte. Jetzt kann ich dir erzählen, was mir wirklich wichtig ist im Herzen und danach sehen sich die Kinder eigentlich, die wollen uns mehr kennenlernen, die wollen eigentlich mehr von uns als nur die Oberfläche, die sind eigentlich, die sitzen da und sind ganz gespannt, wenn wir wirklich von unserem Innersten reden, aber wir trauen uns oft so oft nicht. Wir sind so verschlossen, wir sind sogar ängstlich unseren eigenen Kinder gegenüber uns zu öffnen, offenbar zu machen. Dann sollt ihr sagen, sagt Mose zu den Ältesten, es ist ein Passeropfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Und das ist das, wovon die Ältesten, wovon das Volk erzählen soll. Ihr sollt erzählen euren Kindern von der Rettung, die ihr erfahren habt. Ich diene Jesus, weil er mich gerettet hat aus einem gottlosen Leben. Er hat mich gerettet von Sinnlosigkeit. Er hat mich gerettet auch vielleicht von äußerlicher Religion, von frommer Pflichterfüllung. Er hat mich errettet. als Mose ihnen jetzt, also den Ältesten und dem Volk diese wunderbaren Weg aufzeigt, wie sie sich vor der letzten Plage bewahren können. Durch das Blut des Lammes, das ihr an die Pfosten streicht. Dadurch werdet ihr bewahrt werden. Und ihr werdet in dieses Land kommen. Und ihr werdet Kinder haben. Und ihr werdet diesen Kindern von dieser Rettung erzählen. Wenn du noch nicht gerettet bist. Sie sind noch nicht gerettet, sie sind immer noch Sklaven. Und Mose sagt, Gott wird euch rausretten, ihr werdet vor dieser Plage gerettet, ihr werdet in dieses neue Land kommen, ihr werdet dieses Fest jedes Jahr feiern, ihr werdet feiern. Was ist die Reaktion dieses Volkes? Da verneigte sich das Volk und betete an. Danke Herr, danke Herr, du wirst es tun. Und sie leben noch nicht im Schauen, sie leben im Glauben. Es ist noch nicht passiert. Es ist nur die Verkündigung dessen, was Gott tun wird. So wie Hebräerbrief das sagt. Sie reagieren hier wirklich im Glauben. Hebräerbrief 13 sagt, äh, 12, 11, oh Mensch, was soll ich denn? Hebräer 11. Hebräer 11 sagt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man erhofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Sie glauben dem Wort Gottes, der Zusage, der Heilsverheißung Gottes und beten an, obwohl sie es noch nicht sehen. Wisst ihr, und wir haben, das eine haben wir schon gesehen, wir haben das schon gesehen, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Er hat sein Blut für uns vergossen. Und wir haben es gesehen, wie der Herr uns herausgerettet hat aus der Knechtschaft in die Freiheit der Kinder Gottes hinein. Das heißt, wir haben schon ganz viel von dem gesehen, was das Volk damals nicht gesehen hat. Wie viel mehr sollten wir unseren Gott anbeten? Wie sollten wir uns neigen vor ihm? Hier sind zwei Worte, die beide ähnliches ausdrücken. sich niederbeugen, sich niederwerfen, auf die Erde fallen. Das zeigt den großen Respekt, den man jemandem gegenüber erweist. Man macht damit deutlich, ich bin ganz in deiner Hand. Ich bin dir ganz untergeordnet. Du bist mächtig, du bist der Herr. Ich bin ein kleiner Diener. Das ist Anbetung. Dass ich mein eigenes Ich, was immer wieder dazu tendiert, selbst sich groß zu machen, ich mache es klein. Ich demütige mich vor dem Herrn. Ich werfe mich nieder. Ich erkenne an, dass er größer ist, dass er mächtiger ist, dass er stärker ist. ich erkenne an, dass er so viel anbetungswürdiger ist, als ich es bin. Ich mache mich klein. Ich beuge mich und gebe ihm die Ehre, sodass er hell strahlen kann und sichtbar wird überall. Johannes hat es so gesagt, Johannes der Täufer, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Wenn die Leute alle zu Jesus jetzt laufen, wunderbar, ich freue mich. Und die Söhne Israel gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Und das zeigt die Wahrhaftigkeit ihrer Anbetung. Es war nicht nur ein Gefühls überschwang. Sie waren nicht einfach nur getatscht von dieser wunderbaren Botschaft. Sondern sie haben das Wort genommen und das, was es beinhaltet, was sie tun sollten. Sie konnten dem Todesengel nicht gebieten, sie zu verschonen. Sie hatten nichts in der Hand, um diesen Todesengel aufzuhalten. Das Einzige, was sie tun konnten, dem Wort gehorsam sein, ein Lamm schlachten, das Blut an die Türpfosten streichen, das Lamm essen und hoffen und glauben, dass Gott es tut, sie schützt und bewahrt. Aber das, was sie tun sollten und was sie tun konnten, das haben sie getan im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und das ist Teil unserer Anbetung. Gehorsam ist Teil unserer Anbetung. Dass wir Gott, dass wir Christus erhöhen, erheben, im Lobgesang, im Gebet, vielleicht auch gegenüber deinen Mitmenschen, im Zeugnis geben, aber dann im Gehorsam gegenüber diesen kleinen Dingen, die Gott dir ans Herz legt und sagt, möchtest du das nicht für mich tun, bitte? das wahre Anbetung. Ja, Herr, wir wollen dich anbeten, wir wollen dir die Ehre geben, gemeinsam jetzt auch, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann soll es ein Fest sein zu deiner Ehre. Ja, auch wenn es nur ein kleines Stückchen Trockenbrot ist und ein kleines Schlückchen Saft. Herr, es soll ein Festmahl sein, lieber wenig und Liebe dabei. Herr, und die Liebe haben wir im Überfluss. Wir wollen sie, ja, wollen unsere Herzen öffnen, während wir das Mahl nehmen und glauben und vertrauen, dass du uns stärkst durch deine Gnade, für die Wegstrecke, die noch vor uns liegt. Wir wollen uns aber auch dankbar erinnern an das, was du getan hast, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Wir wollen uns den kostbaren Preis vor Augen führen, der bezahlt wurde, zu unserer Erlösung. Wir wollen dass die Kostbarkeit deines Opfers unsere Seele neu erfüllt, sodass wir voller Freude und Liebe vor dir niederfallen, wie das Volk Israel. Und dass wir dann hingehen und gehorsam sind dem Wort, was du zu uns gesprochen hast. Wir beten, dass du jetzt das Mahl segnest für uns. Amen.